Franz Bracht. Wir zählen zu den Pionieren der Kranbranche. Lust auf Last. Das ist unsere Passion. Wir meistern, was gefragt ist. Ob beim Bau von Fußballstadien, der Montage von Windkraftanlagen oder etwa der Reparatur von Industrieanlagen. Die gelben Riesen aus unserem Hauptsitz in Erwitte und unseren insgesamt zwölf Niederlassungen sind fast überall dabei. Bundesweit zählt die Franz Bracht Kranvermietung GmbH zu den größten Anbietern in der Kranbranche. Unsere Qualität sorgt für Sicherheit. Schwere Komponenten sicher und präzise bewegen. Das ist das, was uns seit 1964 stark macht. Unser umfangreicher Fuhrpark setzt sich aus verschiedenartigen Transportmitteln zur Durchführung von Schwertransporten zusammen. Der Faktor Zeit spielt neben der Auswahl der Technik, der Fahrtroute und dem Einholen von Ausnahmegenehmigungen eine entscheidende Rolle. Wir garantieren, dass das passende Transportmittel zum gewünschten Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Teleskopkrane sind flexibel und schnell einsatzfähig auf engstem Raum. In den vergangenen Jahren wurde die Leistungsfähigkeit der Teleskopkrane rasant weiterentwickelt. Wir verfügen heute über Teleskop-Mobilkrane mit einer Tragfähigkeit bis 750 Tonnen. Gittermastautokrane für Schwerlasthübe sind nicht ersetzbar und bestechen durch Präzision und maximal erreichbare Traglasten. Nur wenige Betreiber in Deutschland erfüllen die hohen Anforderungen der Planung und Logistik, um Gittermastkrane effizient einzusetzen. Insbesondere ist dazu die Erfahrung unserer Mitarbeiter im Umgang mit Gittermastautokranen wichtig. Raupenkrane entfalten durch die Verfahrbarkeit mit Last ihre volle Leistungsfähigkeit. Wenn auf engstem Raum gearbeitet werden muss oder eine Montage am Kranstandort ausgeschlossen ist, entfalten Raupenkrane durch die Verfahrbarkeit auch mit Last ihre volle Leistungsfähigkeit. Dabei zeichnen sich unsere Krane durch eine enorme Tragkraft aus. Hohe Komfort- und Sicherheitsstandards sind uns sehr wichtig. Wir optimieren Einsatzfähigkeit und Effizienz ihres Auftrages. Durch das Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen und Montagezeichnungen mit Hilfe unserer CAD-Planung ermöglichen wir bereits im Vorfeld eine umfangreiche Beratung und Planung ihres Projektes. Professionelle Mitarbeiter sind die Basis eines Unternehmens. Top Kompetenz und Know-how. Dafür steht unser Unternehmen. Franz Bracht verfügt darüber hinaus über eigene Werkstätten und eine moderne Lackiererei. Bei uns werden alle notwendigen Reparatur- und Aufbauarbeiten in-house durchgeführt. Unser großes Ersatzteillager trägt zu einem reibungslosen Ablauf bei und sorgt für die schnelle und kontinuierliche Instandhaltung unseres Fuhrparkes. Wir haben Lust auf Last. Wir sind die Bracht Unternehmensgruppe. Ihr starker Partner bei der Kranvermietung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017